Hallöchen YouTube, hier wieder Surround Gaming, heute mit dem Sweetspot Thema, wir müssen mal wieder den Sweetspot in den Mittelpunkt rücken, wir haben ja schon jetzt gleich den Februar vor der Haustür, dementsprechend heute waschechte Hardware, ihr seht schon sozusagen auf dem Bild, dennoch der Podcast-Deal, wir ziehen ihn weiter durch, ob ihr uns zuhört oder auch die Bilder verfolgt. Am Ende sage ich mal unterhalten wir uns über ein sehr interessantes Angebot, was auch durch die Promo vom Hersteller aktuell zum ultimativen Sweetspot wird, deswegen dranbleiben lohnt sich, Abo gerne da lassen, gerne auch liken und nach dem Intro geht's los. Ja willkommen zurück bei Surround Gaming, den Channel wo es um den Sweetspot geht, jetzt haben wir ja ein bisschen anderen Content mal hoch geblasen, da kommt noch eine Menge mehr, nichtsdestotrotz das Thema Hardware ist natürlich der Kern, sage ich mal, unseres Channels und wir wollen ihn natürlich weiter befeuern. Es gibt interessante Angebote im Moment, alle sind im Sale, alle sind im Abverkauf, Sale ist es nicht mehr wirklich, sie räumen die Lager, muss man wirklich sagen, die nächste Generation der ganzen Hardware-Tech steht vor der Haustür und dementsprechend wird natürlich jetzt die alte Hardware teilweise verramscht. Das ist ein ganz normaler Prozess, in dem wir uns jetzt befinden, aber ich sage mal so, gerade in diesem Zeitraum, wo wir uns jetzt befinden, im Q1, sage ich mal 20, 23 ist es sehr interessant, es hat eine Überproduktion von vielen Produkten stattgefunden, erst hat man ja sehr probiert, künstlich zu verknappen, jetzt sind viele Produkte auf dem Markt, dementsprechend ergibt sich jetzt das ein oder andere Schnäppchen und was wir hier auf dem Tisch haben, wir werden es auch heute nicht zu sehr und zu lang werden lassen, deswegen kurz und knackig heute mal. Es geht natürlich um, sage ich mal, das Ursprüngliche, was diesen Channel, sage ich mal, verbindet, nämlich ihr wollt euch einen Computer bauen. Die erste Überlegung, die man natürlich hat, ist, man wandert, sage ich mal, in das eine oder andere Lager, das ist einmal Intel, das ist einmal die Ryzen-Thematik. Jetzt muss man sich überlegen, AMD hat natürlich in letzter Zeit relativ schlechte, sage ich, muss man wirklich so sagen, schlechte Nachrichten bekommen. Das Feedback war nicht positiv, einige Sachen sind einfach technisch gesehen zu teuer. Die Evolution, sage ich mal, hat noch nicht so ganz stattgefunden. Man hat jetzt sich eher Intel in einigen Bereichen, sage ich mal, angenähert und unterm Strich guckt man sich eher durch jetzt die vorige Generation. Die vorige Generation, allen voran natürlich der 5800X 3D, ist natürlich eine CPU. Wir halten sie auch noch mal in den ganz frischen ins Bild hinein. Ein sehr interessanter CPU, der immer noch State of the Art ist. Er hält, sage ich mal, mit den aktuellen Intel größtenteils mit. Er hält mit seinen Nachfolgeprodukten den Ryzen mit. Na gut, jetzt werden natürlich die neuen, sage ich mal, rauskommen. 7800X 3D, 7900X 3D. Gerade der 7900X 3D könnte der neue King in the Ring werden, aber warten wir es ab. Ihr braucht natürlich dafür neue Plattformen, ihr braucht neue Mainboards und ihr braucht natürlich aktuell frisches Geld. Und die Mainboards sind natürlich auch, muss man wirklich sagen, relativ hoch angesetzt. Also B650 Modelle sind relativ teuer. Dementsprechend, was jetzt sozusagen vereint und was der Sache jetzt einen guten Sweet Spot gibt, ist natürlich zwei Sachen. Erstens dieses Mainboard hier ist im Abverkauf. Das ist ein ASUS Strix Rock Edition, also die absolute Republic of Gamer Linie, die für Gamer nur gedacht ist. B550 A. Wir haben im Endeffekt ja schon das F. Es gibt noch einen EX mit sozusagen höherer Ausstattung, kostet aber über 200 Euro. Das macht noch nicht viel Sinn. Das ist im Endeffekt, wenn man so will, ein Exot, weil ASUS hat sich da eigentlich gegen ihre Rock-Gene, sage ich mal, auferlehnt und hat das Ganze relativ unspektakulär designt. Bis auf eins, es ist ein weißes Mainboard. Also weiß, Silber eher. Wir gucken uns das Ding auch gleich an, packen es schnell aus und werfen auch mal einen Blick drauf, damit ihr das gute Stück auch mal seht, weil es ist ein idealer Gespann für den Ryzen 5800X 3D. Und natürlich, warum ist es so? Weil man den 5800X 3D-Übertaktungspotenzial hat da nicht. Also ein X570 Mainboard macht in den wenigsten, Szenarien wirklich Sinn, außer ihr wollt ja ein voll ausgestattetes High-End-System auf wirklich allen Levels super angebunden. Alles muss maximale Power haben und das Geld ist, sage ich mal, zweitrangig, beziehungsweise es ist ja noch davon da und ihr haut das sozusagen aus dem Fenster raus und verbrennt auch eine Menge Knete. Muss man wirklich so hart mal formulieren, weil unterm Strich nichts anderes passiert. Ihr kriegt ja wirklich ähnliche Power raus. Wenn man das gegen X570er Plattform vergleicht, die CPU mit identischen Einstellungen, ist das X570 in keiner Szenario Sache schneller. Es gibt Unterschiede zwischen den Boards, das muss man schon so sagen. Das heißt, ihr könnt, sage ich mal, schon Leistungsindikatoren zwischen MSI, ASUS und ASRock merken, dass ein ASRock zum Beispiel nicht so performant ist in einigen Szenarien, Tai Chi, wie zum Beispiel ein MSI, irgendwas jetzt, ja, um welche Linien, Motar oder so. Das sind so ein bisschen die Feinheiten, wie die ganzen Sachen angebunden sind und was ihr darauf verbaut. Auf den ASUS Rock Strix und deswegen ist es für uns interessant, jetzt nochmal so ein Low-Budget-System zu bauen. Also gerne auch uns weiterverfolgen, Abo gerne da lassen. Wir machen eine kleine Serie daraus, weil wir werden aus der Basis hier nochmal ein System, sage ich mal, ein günstiges bauen, in Anführungszeichen und werden es auch, sage ich mal, mehrere Kapitel filmen und dann vorstellen, auch banchen und so weiter. Wobei, es wird sich nicht viel unterscheiden von dem Video, was wir davor gemacht haben. Es ist ja aus unserer Sicht das Game Bundle gewesen, schlecht wie Kind 2022, B550, 5800 X3D, einen guten 4000er Megahertz Speicher. Ja, und dann habt ihr wirklich eine super Grundlage für eine 4090, 4080 oder andere Grafikkarten. Auch natürlich gerade für die AMD Grafikkarten. Also wer noch eine 6100 XT ins Auge fassen mag, 6950 natürlich genau das gleiche. Auch eine 7900 XTX, da möchte ich kurz kommentieren. Der Fehler lag doch anscheinend nicht an den Treibern, dass da einige abgeraucht sind. Kommt demnächst auch nochmal ein Video, dass wir das auch nochmal gerade ziehen und ein bisschen kommentieren, weil das ist uns auch wichtig, dass man guckt, wo war wirklich die Ursache dieses Gerüchteküchenbefeuern. Machen wir eh nicht und dementsprechend machen wir da auch nochmal Nachtrag. Aber das ist ein ideales System hier, auch für ein Komplett-AMD-System. Und das, denke ich mal, kann hochspannend werden. Wir haben ja jetzt den Titel Forspoken, der sozusagen durch die Lande geistert, das Spiel, was zum ersten Mal Direct Storage bietet. Das heißt, die Festplatte, die SSD, liefert direkt zur Grafikkarte die Performance, die ganzen Daten werden berechnet. Da gab es ein paar Kontroversen. Im Moment scheint das noch treibermäßig nicht ganz ausgegoren. Das heißt, einige Szenarien, einige Titel, auch Forspoken bricht manchmal bei einigen Grafikkarten ein. Die Leistung, das muss sich natürlich noch, sage ich mal, ausreifen. Aber das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Diese Thematik steckt in der Playstation und auch in der Xbox Series X, also Direct Attached Storage, wenn man so will. Na, das ist es nicht, aber es ist eine andere Form. Microsoft hat ja da schon jahrelang die Sache probiert, ins Windows reinzukriegen. Und die Spielindustrie pusht das jetzt enorm, auch auf dem PC-Market. Dementsprechend wird das uns demnächst sicherlich einen Boost geben an Performance und wird diesen Umweg über diese Dreiecksbeziehung, CPU, Festplattenspeicher, Grafikspeicher umgehen und dann direkt in den Grafikspeicher reingefeuert werden können. Von der Festplatte über natürlich den, manchmal doch über den Hauptspeicher noch. Deswegen, das muss alles schon wieder gut im Einklang sein, wie es zuvor aber auch sein musste. Dementsprechend baut euch eine gute Basis, eine schnelle Basis. Jetzt kann man natürlich sagen, ein großer Vorteil wäre natürlich enorm schneller Speicher. Und das ist jetzt ein bisschen noch die Gretchenfrage auch für uns. Ich sage mal, ein Intel System mit ein 13600K, mit 6200 Megahertz oder gar mit 8000 Megahertz getakteten Speicher. Also schlichtweg untergreifend doppelt so schnell wie der Speicher auf diesen Rock B550 A. Kann natürlich schon in einigen Szenarien, in einigen Spielen jetzt und perspektivisch sogar mit diesem Direct Attached Storage natürlich enorm Boost bedeuten. Also, je schneller der Speicher ist, dass da keine Lücken sind, kann natürlich doch, es ist ja immer noch ein Transportmittel. Man kann ja sich denken, dass der komplette, sage ich mal, Speicher des Mainboards weggeblendet wird. Das geht natürlich auch nicht. Aber die Entlastung findet natürlich nicht mehr über die CPU. Die muss dann nicht so viel berechnen, sondern es geht über den normalen Speicher vom Mainboard direkt sozusagen in die Grafikkarte. Und das muss dann alles schon recht flott sein, weil der Grafikkartenspeicher, wissen wir ja alle, mit GDDR 6X im besten Fall, hat man hier schon ja deutlich schnelleren Speicher. Und mit 24 GB bei den höchsten Grafikkarten ist man natürlich ganz gut aufgestellt für so eine Szenarie. Und dementsprechend kann man nur von ja eine optimale Basis wirklich ausgehen. Und das wird ein sehr spannendes, sehr, sehr spannender Faktor. Aber gucken wir uns jetzt das Mainboard an. Wir packen es jetzt ganz schnell aus. Relativ unspektakulär. Wir wollen jetzt hier auch nicht zu viel Zeit stehlen. Unboxing ist, glaube ich, nicht mehr so in. So, wir packen mal schnell die Plattform hier nehmen. Das gute Stück. Wir gucken uns natürlich noch kurz an, was noch im Karton ist. Außer eine Menge Pappe. So, Handbuch gibt es immer noch. Sehr gut. Merken wir auch schon, Treiber CD ist bei. Auch schön, muss man sich ja nicht alles runterladen. Wobei, müssen wir ehrlich sein, man lädt doch jeden meistens noch runter. Oh, Kabelbinder. Wenn man sein System ordentlich aufbauen will. Bestimmt nie verkehrt, dass ein paar mitgeliefert sind. In Summe sind das hier drei. Sieben Stück. Warum sie auf sieben kommen, keine Ahnung. Vielleicht ihren Glückszahl. Werden wir sehen. So, dann haben wir hier SATA-Kabel. Erstaunlicherweise viel. Sogar zwei abgewinkelte. Also im L-Format und zwei gerade. Vier Stück. Nicht schlecht. Kann man schon mal sagen. Rockstrix-fähig. Hier haben wir die Thematik für den M.2. Wir haben da zwei M.2. Und den weißen schicken Verkleidungen oder Heatpipes. Ja, Papier. Der Schlüsselanhänger von Rockstrix-typisch. Damit kann man schon totschmeißen einige. Hier haben wir sozusagen RGB-Anschluss. Einmal ein Adapter, wenn man so will. Ist dabei. Und Web-Storage. Das kriegt man ja immer von den Asus. Ah, wir kriegen Sticker. Sticker fürs Gehäuse. Alle natürlich in Rockstrix-Weiß und Silberfarben. Sieht ganz nice aus. Kann man nicht meckern. So, dann haben wir hier noch eine schöne Dankenskarte, das wir gekauft haben. Und damit stolze aktuell 150 Euro weniger im Pokémon haben. Aber 150 Euro in Anführungszeichen. Also ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Und jetzt kommt auch gleich der Knackpunkt. Den nehmen wir nämlich gleich, während ich das Mainboard jetzt hier positioniere, mal in den Ether mit rein. Das Thema ist jetzt aktuell. Ihr habt Zeit, wenn ihr das Video guckt. Und deswegen bringe ich es auch gleich am Montag raus. Montag ist der 30. Da wird es dann auch hochgeladen sein. Und wenn ihr das guckt, dann ist die Promo noch aktiv. Das heißt, alle, die dann sozusagen das Video schauen und dann sagen, okay, geile Idee. Warum nicht? Für den Preis nehme ich es mal und baue mir da ein neues System. Hab vielleicht auf das ideale Schnäppchen gewartet. Weil wir haben jetzt hier, das sind jetzt 150 Euro, die ihr ausgeben müsst. Guckt ein bisschen sozusagen. Ihr müsst es natürlich bei einigen Händlern kaufen. Wir machen jetzt hier keine Werbung. Das ist auch kein gesponsertes Video. Wir haben diese Hardware auch nicht bekommen. Die ist mit eigenen finanziellen Mitteln angeschafft, wie alles auf diesem Channel. Unsere Meinung ist damit unabhängig und ich promote das auch nur, weil es aus meiner Sicht ein wirklicher Sweetspot ist so ein bisschen, der euch den einen oder anderen Euro spart. Vielleicht dann mehr in die Grafikkarte zu investieren. 150 Euro. Da könnt ihr, wenn ihr denn eure Daten bereitwillig Asus zur Verfügung stellt. Denn ihr müsst bei dieser Promo immer eure Daten einreichen. Wir gucken nachher noch gemeinschaftlich auf die Promo-Seite rauf. Wir gehen auch noch mal an unsere Lieblingssuchmaschine und gucken uns auch noch mal die aktuellen Angebote an. Weil ihr kriegt dann sozusagen noch mal 30 Euro Rabatt. Das macht diese Sache. Summa summarum bei roundabout 120 Euro das Mainboard. Was ist denn jetzt der Haken? Fragt ihr euch? Okay, wenn ihr RGB-Fan seid, machen wir es kurz. RGB hat das Mainboard nicht dolle. Ja, also ihr habt ja gesehen, ein Kabel ist bei. Ihr könnt damit zwar RGB ansteuern, aber wer jetzt vermutet, dass es hier alles sozusagen beleuchtet, das sind alles nur Sticker. Da ist nichts beleuchtet. Ja, das ist kein RGB Board, so wie viele es sich wünschen. Und das war auch immer der Hauptkritikpunkt von vielen. Das Ding ist ja so unblinky-blinky. Und das muss ich wirklich sagen, ich feiere es eigentlich hart, dass das Ding wirklich nicht blinkt und säuselt wie sonst was. Sondern, dass es einfach schlicht clean silber-weiß ist und macht aus meiner Sicht auch im Gehäuse, was denn zum Beispiel weiß ist oder auch schwarz, ein guter Kontrast. Dementsprechend ist das eigentlich ein sehr schönes Mainboard. Kann man nicht anders sagen. Ich finde es wirklich nice und auch von den Anschlüssen her, haben wir eigentlich hier alles, was das Herz begehrt. Wir können auch die Sache mal einzeln schnell durchgehen. So, weil was haben wir im Endeffekt auf dem Mainboard? Wie ihr seht, wir gucken jetzt parallel noch mal auf der Homepage. Wir haben sozusagen, es ist Ready für einen Ryzen 5000, 4000, 3000 selbstredend. Dementsprechend hat es wahrscheinlich den Vorteil, dass es den 5800 X3D auch gleich schluckt. Wenn man sowas nachgucken will, machen wir auch mal. Vielleicht zusammen ist es vielleicht für den einen oder anderen auch, sage ich mal, sehr interessant. Wir gehen jetzt hier auf Support. Wir gehen auf CPU und Speicher Support. Wir wollen den Prozessor Support raussuchen und gucken jetzt zum Beispiel, ob der 5800 X3D hier irgendwo bei ist. Wir scrollen jetzt mal ganz frech. 5700, 5800 X3D. Hier sieht man schon eine Problematik, die euch natürlich zum Verhängnis werden kann. Erst ab der Version 2423 ist dieser Supported. Ihr seht jetzt hier eine Menge anderer Zahlen, andere Versionsstände. Das wird wahrscheinlich der letzte sogar sein, weil es ist der einzige, der, sage ich mal, relativ hochartig ist. Dementsprechend, wenn ihr ein Mainboard erwischt, was natürlich ein bisschen älter ist, dann kann euch passieren, dass ihr den CPU drauf packt, den guten hier. Und das bedeutet dann, ja funktioniert nicht, weil es bootet nicht hoch. Dann müsstet ihr einen alten CPU haben, zum Beispiel 5800 X5800 und damit könntet ihr sozusagen hochbooten, das Ding flashen und dann wärt ihr ready. Das Gute bei solchen Mainboards, deswegen rate ich auch jedem, dass man ein bisschen darauf achtet. Ist natürlich bei den Mainboards heutzutage, die könnt ihr betreiben, ohne dass eine CPU drin ist und das bloß im Endeffekt damit, dass ihr sozusagen hier bei dem Mainboard ein USB-Steckplatz habt. Das ist jetzt der mit dem roten Punkt, der da sozusagen, wo BIOS dran steht, da könnt ihr ein USB-Stick reinstecken und könnt die Sache dann sozusagen flashen. Das ist natürlich ein enormer Vorteil und hat natürlich euch eine große Hürde genommen, dass ihr irgendwie einen alten CPU noch euer eigen nennen müsst. Ihr kommt vielleicht auch aus dem Intel-Lager, wechselt jetzt und habt gar keine Ryzen CPU, weil nicht alle sind so verrückt und haben dann, sage ich mal, ein ganzes Potpourri zu Hause von CPUs. Muss auch nicht sein. Ich sage immer, heutzutage weniger ist mehr, außer man beschäftigt sich irgendwie Hardcore-technisch mäßig, Hobby-technisch mäßig hier mit solchen Themen, dann ist das selbstredend. Aber ich sage mal, normale Konsumenten sollten vielleicht einen festen PC und ein Notebook haben und das reicht auch vollkommen in den meisten Fällen. Viele Sachen gehen sowieso heutzutage in die Tablet-Fraktion ein. Aber das ist ein anderes Thema. Mal wieder ein schönes Thema für einen Podcast vielleicht. Deswegen, die Sache könnt ihr damit ausschalten. Gehen wir trotzdem noch die weiteren Sachen schnell durch. Was hat das ganze Teil noch sozusagen zu bieten? Technische Details kann man sich auch immer wieder hier anzeigen lassen von Asus. Da hat man das alles ganz gut zusammengefasst. Viermal, die Kollegen haben sie Speicher drauf gedrückt. Wir haben jetzt hier vier Bänke. Deswegen bis 128 GB geht das Ganze. 5100 MHz OC. Ich sage mal so, mit den 5800 X3D möchte ich behaupten, ihr kommt an die 4000 OC ran. Wir haben es auf dem anderen Board auf die F-Plattform von B55 schon gemacht. Ging eigentlich relativ problemlos. Die Spannung musste nur ein bisschen höher gepusht werden. Somit würde ich mal behaupten, 4000 ist aus meiner Sicht so ein bisschen Sweet Spot bei dem ganzen Mainboard. 3866 und wir sitzen jetzt hier bei dem auch ein Kit ein mit 3600, nur in Anführungszeichen, weil wir es noch da haben und die kosten auch verdammt wenig im Moment. Dementsprechend 3600 ist so das unterste, was man da einsetzen sollte. Wenn man ein bisschen höher will, kann man da auch die beiden mal probieren, aber 3600. Ihr könnt auch ein 4000er abschießen. 4000 MHz Speicher, super günstig im Moment. Auch eine Überlegung wert. Ich hatte jetzt keins gefunden. Das 3600 hatte mir besser gefallen von Kingston. Renegade Fury habe ich da noch genommen und ihr könnt aber ein 4000er jetzt günstig abschießen und drosselt das zur Not auf 3600. Das ist kein Thema. Ansonsten, wie schon gesagt, Erweiterungsschächte. Wir haben jetzt hier PCI Express 4.0. Fangen wir vielleicht damit an. Unter den M.2, der hier, der geschildet ist sozusagen, der ist der 4.0er 16-fach angebunden. Darunter machen wir den auch gleich auch 16-fach angebunden, aber nur mit PCI Express 3.0. Das heißt, Erweiterungskarte sozusagen M.2, auch von Asus gibt es hier. Haben wir auch schon vorgestellt. Könnt ihr bis zu vier Dinger draufklatschen, bis zu vier SSDs. Funktioniert nicht in allen Fällen, aber bei manchen. Wir haben es in einem System auch mit dem Schwestermodell, dem F, sozusagen auch in Funktion bekommen. Dementsprechend recht interessant. Dann haben wir noch 3x PCI Express 3.0 einfach. Das ist im Endeffekt der Kollege hier. 1, 2, 3. Das sind sozusagen die. Und dann müsst ihr aufpassen, hier steht es auch schon da mit dem Sternchen. Einmal PCI Express 16-fach im Vierfach-Mode nur. Das heißt nämlich, wenn ihr die Grafik hatte, da muss man immer sich das Sternchen unten durchlesen. Und wo gibt es hier immer schöne Sternchen? Anmerkung, ihr seht da schon, dass im Endeffekt hier die Bandbreite geschert wird über diese PCI Express Steckplätze. Das ist natürlich die Schattenseite. Gerade vom B550 und von einigen CPU-Konstellationen, dass ihr sozusagen hier euch die Bandbreite teilt. Und explizit PCI Express 1, 2 und 3. Das heißt, die sind alle geteilt, dass wenn der drinnen steckt, sozusagen und die anderen auch drinnen stecken, wird die Bandbreite über diese vier Slots aufgeteilt. Das heißt, 16-fach plus die unten zu belegen, geht nicht. Da wird dann sozusagen aus dem 16-fach PCI Express 3.0 ein 16-fach PCI mit vier Lanes angeboten. Das ist dann sozusagen hier der, der nur noch vierfach vier Lanes zur Verfügung hat und nicht 16. Das ist ja in den seltensten Fällen wird das euch betreffen, muss man wirklich so sagen. Außer ihr wollt jetzt hier auf einmal doch zwei Grafikkarten reinballern und macht dann wieder erwartend GeForce Link oder Crossfire, was heutzutage nicht mehr viel Sinn macht, kann natürlich wieder durch diese Storage-Thematik anders gelagert sein. Grafikspeicher ist dann auf einmal wieder King. Aber könnt ihr erst mal vergessen. Nur zur Kenntnisnahme. Was haben wir denn noch? Dann haben wir im Endeffekt die M.2s. Da ganz normal PCI Express 4.0. Die Dinger hier sozusagen. Auch wieder ein bisschen aufpassen, dass die natürlich dann wieder nicht über den, einer geht über den Chipsets. Da sieht man hier schon. Der M.2 geht über einen Chipsets. Der, der immer sozusagen schon dicht am CPU ist, geht über den CPU. Kann man sich jetzt darüber streiten. Zwei M.2s reichen aber vollkommen aus und in den wenigsten Fällen werdet ihr auch wirklich ein Performance-Problem merken. Das ist immer so jammern auf hohem Niveau. Darauf will ich mich gar nicht gleich mal einlassen. Hier geht es um Budget-System. Hier geht es nicht darum, die letzten 1-2 Millisekunden aus dem System rauszupressen. Audio ist shielded. Denke ich mal, wir haben jetzt hier ein Rock Supreme FX-8 Channel System. Also schon ganz okay, ein Soundblaster. Der ist jetzt nicht, bitte nicht vergleichen mit irgendwelchen Onboard, mit irgendwelchen Soundblastern, Soundkarten und so weiter. Kann man nicht miteinander vergleichen. Das ist ein ganz normaler Onboard Soundchip, der ganz okay ist. Nicht krächt oder so. Damit kann man schon ein bisschen was machen. Für diejenigen, die ganz normal sowieso mit Kopfhörer hören, die werden kaum Unterschied wahrnehmen. Für die ganzen Audio-Profis, da ist das natürlich schon ja selbstredend, dass man sich da vielleicht da in den einen von den PCI Express 3.0ern hier auch eine schöne Soundkarte rein bastelt. Wir werden es nämlich machen. Da kommt ein schöner Soundblaster Z rein. Dann schauen wir mal. So, dann haben wir hier die Anschlüsse Rear. Wir haben 4x USB 3.2 Gen 1. 4x Typ A. Das dürften die Kollegen hier oben sein. Das sind die beiden. Dann kommt USB 3.2 Gen 1.4. Möchte ich mal jetzt behaupten. Darunter kommt genau USB 2.0, also 2.0, Gott bewahre 3.2 Gen 2. Generation 2. Einmal Typ A, einmal Typ C. Das sind die beiden. Dann kommt USB 3.2 Gen 1. noch mal Ports. Hier die beiden. Daneben haben wir den üblichen LAN und dann hat es noch irgendwo Firma USB 2.0, was mich jetzt ein bisschen wundert. Das muss ich mal selber gucken. Das sollte aber alles jetzt hier. Also das sieht eher für mich aus wie 2.0er und das sind 3.2 und dann wären wahrscheinlich hier die auf dem Mainboard noch mitgezählt per Header. Dementsprechend kleine Korrektur. Da müsste er die wahrscheinlich hier mit dem Header noch sozusagen dann nehmen, die hier unten irgendwo angeschlossen werden. Dementsprechend da hat man den USB 2.0 auch sogar hinten. Also viermal insgesamt. Oder nee, das wird hier per Header wahrscheinlich sein. Müsste man im Handbuch nachlesen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das ist jetzt auch glaube ich nicht kriegsentscheidend. Software Features. Alles was man so kennt. Nichts weltbewegendes. Anschlüsse auf der Rückseite. Hatten wir auch schon gesagt. Den USB Flashback Button hat man sozusagen. Man kann es wieder zurückflaschen. Ethernet, 2,5 Gigabyte Ethernet sozusagen. Ist on Board drauf. Was ja auch schon ganz schön ist. Hier sieht man die ganzen Devices, sage ich mal. Natürlich hat man einen Thunderbolt Header. Den braucht ihr auch, wenn ihr gerade eine M.2 Karte nicht haben wollt. Wenn ihr davon die Thunderbolt Karte einsetzen wollt. Geht mir nämlich gerade durch den Kopf, weil ich habe noch eine da zu liegen. Der hat hier sogar den Header dafür da. Also könnte ich die Thunderbolt Karte aktivieren. Und dann kann man mit mit Thunderbolt an eurem fälschen Storage Unit sozusagen rangehen. Also auch nicht verkehrt. Addressable RGB Gen 2. Und ansonsten hat man hier noch ein bisschen das, was wir schon gesehen haben. Also denke ich mal. Ganz nettes Board. Eine Menge Awards. Eine Menge Blah. Unter dem Strich. Es ist weiß. Es ist Silber. Und es macht schon einiges her. Wir haben glaube ich nichts vergessen. Ja. Dann haben wir sozusagen die Power Stages 12.2. Also auch gute Spannungsversorgung. Alles im grünen Bereich. Und somit wollen wir jetzt denn schnell fortfahren zu unserer Lieblings Suchmaschine. Ja. Bevor wir die Lieblings Suchmaschine abfrühstücken. Noch ganz schnell die Sache, wo er auch drauf achten muss. Auch wenn der Winter, ich meine, ist ja jetzt noch voll im Gange. Kalt genug ist es draußen. Die Promo gilt bis zum 30.01. Dementsprechend habt ihr jetzt noch Zeit, euch das Ganze zu überlegen. Hier sind die ganzen Mainboards, die in der Promo sind. Wichtig ist, hier ist Cashback. Hier ist ein Gutschein bei, ich glaube, Gamesplanet war das Ganze. Da könnt ihr euch ein paar Spiele ziehen. Das ist natürlich im Einklang zu bringen. Ansonsten macht die Promo wenig Sinn. Hier ist das gute Stück. 30 Euro Cash kriegt ihr, wenn ihr eure Daten hergibt, euch anmeldet und dann darauf wartet, dass die Sache ausbezahlt wird auf euer Konto. Oder 40 Euro bekommt ihr sozusagen in Form eines Gutscheines. Bei Gamesplanet finde ich besser. Könnt ihr euch ein paar Titel kaufen, wenn die wieder Masseil haben und lustig damit zocken, weil darum geht es ja letztendlich. Man will ja damit spielen. Auch viele andere Mainboards sind hier in der Promo. Auch die ganzen aktuellen Brocken sind hier, sage ich mal, reingerutscht. Da gibt es auch die eine oder andere Konstellation, die interessant ist, wenn man das billig abschießen könnte. Ja, also ein 150 Euro Gutschein ist schon nicht schlecht. Ich glaube, das Einzige, was mir fehlte und da hat man mich auch überlegt, hier ist aber doch, hier ist ein Dark Hero sozusagen auch dabei. Muss man sich wirklich überlegen. Aber ich sage mal so, für 150 Euro abzüglich 30 Euro seid ihr bei 120, das ist schon verdammt guter Preis. Da kommt dann natürlich bei den anderen gar nicht hin. Schauen wir noch. Also ihr müsst auch gucken, wo ihr es kaufen könnt. Wir machen ja keine Werbung und deswegen das findet ihr bitte selber heraus. Ansonsten hier haben wir das gute Stück auch nochmal bei unserer Lieblingssuchmaschine. Alles wie gehabt. Hier kann man natürlich schauen, wo man es am günstigsten kriegt. Und im Moment rockt der Preis immer noch sehr. Also da kann man nichts anderes sagen. Die Preisentwicklung, das Ding war mal teilweise schon hier auf 134 Euro um vorunter gesackt. Also ihr habt jetzt natürlich trotzdem mit der Promo nochmal Best Preis. Ich glaube besser wird es nicht. Weil um die 100 Euro wird es nicht kosten irgendwann mal. Das B550A ist so ein bisschen aus meiner Sicht auch ein Geheimtipp. Er hat, es hat natürlich eine Schattenseite und die, auf die möchte ich jetzt kurz auch noch eingehen, dass man es nicht vergisst. Neben natürlich dem Blink-Blink-Kram hat man auch eine Sache nicht und das ist nämlich WLAN. Wer jetzt überlegt, oh ich brauche aber immer WLAN, weil ich die Kiste, sag ich mal, nicht irgendwie mehr ein Kabel haben möchte, sondern alles per WLAN heutzutage löse. Gibt es ja viele Kollegen und Kolleginnen, die das so, sag ich mal, in Angriff nehmen. Der hat natürlich jetzt hier die Herausforderung noch eine WLAN-Karte zu kaufen. Ja, da kann man natürlich dann sagen, naja, den kauft doch gleich eine der anderen Versionen. Es gibt ja davon sozusagen vier Stück und die anderen haben natürlich einige WLAN. Hier sieht man sie zum Beispiel auch. Das gute F kostet auch nur 150 im Moment. Das gute F hat WLAN, ist aber jetzt auch, muss ich sagen, wirklich im Preis hart abgesackt. Das war vorhin und die letzten Tage noch ein bisschen teurer und das F hatte kein WLAN. Es war nämlich das E, da kann man schnell mit durcheinander kommen. Wir gucken jetzt selber. Das ist das E und das E ist jetzt hier verdammt teuer. Ach doch, hier ist das F, stimmt. Das gab es ja in zwei Versionen. Hier ist das F mit Wifi und das E ist im Endeffekt jetzt hier brutal teuer. Würde ich jetzt gar nicht drauf gucken. Also es nimmt sich nicht viel. Man könnte auch das F nehmen, spart sich die WLAN-Karte, hat ein bisschen RGB und also nur wirklich das ist beleuchtet und hier das ist ein bisschen beleuchtet. Endgame, das war schon. Ansonsten Ausstattungstechnik absolut nahezu identisch. Da hat man nur, wie gesagt, das WLAN on board, zieht die Promo und hat dann sozusagen noch ein bisschen noch mehr Geld gespart. Vielleicht in der Konstellation, wenn ihr WLAN braucht. Also wenn ihr es nicht braucht und davon gehe ich jetzt mal aus bei meinem System oder das System, was wir jetzt hier konstruieren, dann ist das B550 sozusagen optimal aufgestellt ohne WLAN, weil da kommt einfach ein Kabelrahm mit 2,5 zieht das ganze per LAN-Kabel und das ist für mich das Optimale, weil nur WLAN überall würde ich auch nicht empfehlen. Vermeiden kann man es ja schon fast nicht mehr. Aber für den Preis jetzt hier, ich würde es immer noch favorisieren, wenn ihr nicht unbedingt WLAN braucht. Ja und damit kommen wir schon zum Fazit. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Kurz können wir eben in den seltensten Fällen, aber ich denke mal einige Themen brauchen auch ein bisschen Zeit und das zeichnet ja auch uns ein bisschen aus, dass wir mehr Content generieren als vielleicht die üblichen Kanäle und dementsprechend auch ein bisschen ausführlicher über die Sachen plauschen. Wir sind jetzt gar nicht auf absolut komplette technische Details eingegangen. Ich glaube, das ist auch für die wenigsten nicht ganz so interessant, weil es geht ja hier um die Einfachheit. Das ist jetzt ein ideales Bundle, für die Leute, die zum Beispiel Assetto Corso jetzt zocken wollen und nicht so viel Geld ausgeben möchten, sich sage ich mal eine CPU für schon 350 Euro gönnen. Das ist eine super Basis, eine sehr performante, eigentlich die performanteste CPU aus der 5er Reihe, muss man so wirklich sagen. Ein Speicherkit wählen, 3600 kriegt er im Sale für 120 Euro, 109 Euro, habe ich es auch schon gesehen und mit der Promo habt ihr hier 120 Euro Mainboard als, sage ich mal, solides Brett, was alles abnimmt, alles befeuert und euch die Gelegenheit gibt, hier auch wirklich zukunftsworthy zu sein und die nächsten, muss man wirklich sagen, zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre ein echt gutes System zu haben, die Grafikkarte vielleicht mal auszutauschen, den Speicher vielleicht nochmal zwei Riegel reinzudrücken, wenn es erforderlich ist. Ansonsten glaube ich, ist das alles schon recht nett und nochmal der Hinweis, wir sind ja hier größtenteils auch wegen dem Sweetspot hier und der Sweetspot ist hier, glaube ich, gegeben, das kann man so sagen. Wir nehmen einfach mal die Komponenten weg und betrachten nur das Mainboard und wie gesagt, wir sind nicht gesponsert oder so, Asus gibt uns dafür kein Geld. Uns geht es nur auf diesen Channel darum, die beste Hardware, für das beste, sage ich mal, Geld zu bekommen. Somit ist aus meiner Sicht ja wirklich eigentlich ein sehr gutes Produkt, mit einem im Moment auf dem Markt erträglichen Preis, formuliere ich mal so, und ihr habt noch die Auswahl auch aus den anderen Serien, das heißt, wer jetzt ein App mit WiFi lieber nimmt und dann sozusagen hier die WiFi-Karte sich schenkt oder sagt, ich brauche sie nicht, ich investiere die 30 Euro in die Grafikkarte wieder rein, muss so knapp kalkulieren, hat hier, sage ich mal, mit 2,5 LAN-Anbindung und optimale Datendurchsatz, kann alles schnell nach unten sozusagen streamen und downloaden, also gutes Brett, muss man wirklich so sagen und dementsprechend lasst gerne Kommentare da, auch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe mal und somit kann ich nur noch wie sagen, wie immer zum Ende, Surround Gaming ist out und macht's gut, guten Start in die Woche, gutes Wochenende, egal wann das hört, aber denkt dran, die Promo ist zeitlich begrenzt, das heißt, 30.01. ist Zieltag, ansonsten Pech gehabt, aber es kommt bestimmt ein neuer Sweetspot, bis dann.